und damit haben sie liebe leute willkommen jetzt wieder zurück zu let's platin writers republic im 10 10 stream so heute geht es ab hier noch roundabout 60 luftballöhnchen und dann müsste das ding ja platin sein der residrophäne haben wir ja gestern noch geholt was so gefällt hat mit den verträgen zum beispiel genau so und wir sind ja hier die außergebiete durch gewesen ja schon ein paar was eingesammelt jetzt geht es hier weiter hier genau und da schauen wir gleich mal ja dass wir die dinge da noch alles hinkriegen hier also lang wird es jetzt nicht mehr dauernd wahrscheinlich so ist aus der ist ungefähr hier ja guten tag skilla hier höre ich jetzt nichts dann werden wir das wohl schon haben das schnell reise punkt also ist es ungefähr hier den haben wir wohl auch da ist gerade noch die fresse gehauen sicher sagen wir mal kurz gucken hier da ist die grenze ja doch das war hier da höre ich da so da ist der see dann direkt hier daneben da ist der andere da ist das gebäude also hier alles haben wir das war das hier oben das haben wir das weiß ich noch irgendwo da da drin ist es ja komm lauf ja das reagiert doch es läuft auch okay heute die steuerung nicht auch nicht schlecht ja so nächste schnell reisepunkt ist da da direkt daneben da ja viel spaß killer ne bis später den streamplan werden wir nachher anderen passen weil der passt jetzt natürlich nicht mehr mit code vain der ding ist ja durch und vermute ich da jetzt auch bald da hier riders sind wir sogar noch eine schnelle reise die haben wir gar nicht so das war jetzt da gehen wir mal rüber zu der hier ist nochmal ein relikt sogar noch go riders Ja, da ist der. Hm. Das ist auch ein Start. Bobisch. Ja. Oh, das ist ja schon hier. Nein, das ist da. Das Ding hier ist es. Mein Gott. So. Wenn ich nochmal einen Kaffee reinballern soll am besten. Okay. Okay. Nix. Servus in Loop. Na gut, das soll man dann auch haben. Oder auch nicht. Da ist es. Wenn man in Mammoth City ist, dann muss man auch zum Shack Daddy Parcours. Ich meine, da gibt es ein Rennen mit Snowblades. Wer hätte da keinen Bock drauf? Hm. 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 Ja, das nächste ist ja dann. Irgendwo da. Ach, da oben. Hm. Oh, jetzt. Übernimm bei diesem absolut wahrhaftigen Shack Daddy Event in Campus. Ich glaube, das ist hier Hammer. Oder auch nicht. Da ist es. Mein Gott. Gut. Bisher hat der Nio eine Stimme Vorsprung. Also eigentlich ja. Und mein Okay. Na. Ähm. Genau. Momentan wäre ja also der Nio dran. Ah ja, fast richtig den Cursor drauf. Hä? Jetzt. Wir können mich hier jetzt hier nicht absetzen lassen. Hä? Ähm. Hä? Ohh. Ach, scheiße. Äh, ja, ich hoffe, mein Ding ist dann nachher dran. Ich sage immer, jetzt kann ich abrufen, wenn es geht. Na, dann halt das mal so. So, könnte sein, dass da vielleicht eine Strecke oder so ein Scheiß ist. Keine Ahnung. Äh, ich warte. So, das war die. Ja, da sind die zwei anderen Dinger. Da. Ah, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich nischt. Ne, darf man dann haben. Da. ja das andere haben wir jetzt auf jeden fall gehabt oder was ein lup nene 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 ja das haben wir ja hier ist überall nix gott also das nächste da ist das ding da da waren wir ja 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 genau sei das da unten drin passt da so und dann noch das ist u dann ja da ist ja hier keine steuerung jetzt habe ich selber ja dann hier überall in zwei stück als es hier das andere weiter links hinten sein hmm ne ich hab's mir nix das ist ja genau unsere schnellreise ja wisst du ach da so rechts daneben ja hier geht nur da in ne hmm hmm ihr hört rich radio ich bin wendy und ich habe eine wichtige botschaft für euch in der republic ist es gefährlich auf nummer sicher zu gehen viel spaß mit dem nächsten hit ne 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 Nein, die Güte, jetzt aber. Ah, perfekt, so geht's auch. So geht's auch. What? Ne, nur die Dinger hier, die Schatztruhen, aber ja, 10 von 11, ne? Und halt hier diese Landmarken mit 43 von 45, halt theoretisch können wir da auch nochmal drei holen. Oh, direkt hier. Was ist da? Er ist halt drunten. Doch da. Ja, die zählen, ja. Da dachte ich mir, das müsste ich haben. So, da nehmen wir Schnellreise, ein bisschen drunter. Das ist halt drunter. No. Da. 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 Ach, da. Da ist es. Schmier deinen Hirnschmalz mal hier rauf. Die Shack Daddy Crew hat sich ein Event mit einem Wingsuit aus Papier ausgedacht. Ja, richtig gehört. Weich in Mammoth ein paar Bäumen aus, wenn du Bock drauf hast. Hm. Ah ja. Das haben sie eigentlich von Collectivus her also sehr human gehalten, sag ich jetzt mal. Dass sie ja da relativ viele zuzählt. Was ist Mathe? Nichts Mathe. Nicht um die Uhrzeit. Ich bin nur zwei Kaffee und da steht er dritte. Weich in Mammoth ein paar Bäumen aus, wenn du Bock drauf hast. Ach da. Ne, 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 ne. Mathe gibt es jetzt nicht. So, da gibt es jetzt noch einen. Hier. Dann ist er auf der Karte. Kartenabschnitt. Ne, 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 ne. Plus eins. Ne? Da. Ein Relikt. Zehn von elf. Unterschied ist eins. Eins. Drei, vier, vier, vierzig, fünf, vierzig, sind zwei. Zwei plus eins ist drei. Jetzt krieg ich gerade noch hin. So, mein ich da. Äh, nicht mal. Das war jetzt, glaube ich, der achtzigste, den wir gerade eingesammelt haben. Das ist ja da oben. Drei, vier, vier, vierzig plus zehn plus eine achtzig. He, he, he. So, Sekoja, das war ja gut da. Ja. Oh je. Jetzt siehst du aber schlecht. Irgendwo hier. Ein Massenstartrennen. Sorry, nix. Ach da. Ja, siehst du mal den Loop. Wahnsinn, ne? Geil. Also ungefähr, ja, roundabouts schon hier. Ja. Sogar, kommen wir schon hin, ja. Ich glaube, hier habe ich die zwei. Ja. Genau. So, und dann ist es ja... Ach, gehn mal. Bleib ist besser. Ja, ist auch eine Landmarke. Guck, wer hier. So, na geht dat. Ah ja, die haben wir ja. Gut, passt. Die haben wir. Ja. Fast richtig. Oh, keine Steuerung jetzt. Ah ja. Ich muss doch Verkundung lassen, sonst sehe ich das nicht. Ja. Ja, danke, Fisch. Ja. Haben wir wohl auch. Da wahrscheinlich auch. Ja. 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 sieben jahre müssen ja warum ja ja was rechts ja 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 Das ist noch eins hier. Nö. Ich meine, das gehen auch alle. Upp. Da unten bloß noch... Punkt welcher. Nö. Nö. Ist es weiter unten? Ne. Ja, weiter drüber. Hm. Ach der Scheiße, Sion hat brutal viele. Wo waren Sion da? Äh, einer ist da. Hier noch rechts daneben. Was eigentlich es durfte mal haben, halt. Aber ja auch dieses Event hier. Naja. Jupp. Da unten sind zwei. Zwei. Das mal. Äh. 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 Das reicht jetzt. Ah, das war gerade das nähere. Ja, das ist das andere hier. Da. Mal wieder so finde. Äh. 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 Da. Da. Braucht immer kurz schnell, weil sie bisher hier die Steuerung wieder hast. Hahaha. So. Dann das andere hier. Ah, ich glaube das geht genauso weit ist da oben. Ja. Ja. Das war das. Das war das. Das ist das Hammer. Ja. 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 Dann. Oh. Okay. Die rechte Seite weiter. Da geht's ein runter. Da geht's eins runter. Okay. Hier. Müsst ihr ihn haben. Okay. Okay Oh, das ist jemand 1, 2, 3 Einkerbungen Ne, da ist das Da Genau, nehmen wir das so lange Dann hier Könnte jetzt sogar schon das andere sein Oder? Ne, passt Äh Jupp Na, oder 2 Na, oder 2 Das ist schon eigentlich geil gemacht Dass du da die ganzen Fahrer hier siehst Wie da rumstehen Ich meine, es ist ja auch da In dem Event da drin gewesen Was ist sonst hier? Na, werde ich kurz mal hier gucken Ah, da stehe ich ja eh Ja Nö, das haben wir So Noch kurz da Ja Ah, da und das Freiseite Jetzt wollen wir auch noch gleich Sinnen und Marke Wenn ich da gerade eh schon C Können wir da gleich mitnehmen Äh Äh Ja Gut, gut, gut Das neigt sich dem Ende Weiß ich jetzt wer da Wer mich abgestimmt hat Ne Ups Landen wir wahrscheinlich auch nicht so schlecht Ach, Daumen auf Mein Gott Wer kommt denn auf den Scheiß Wie da jeder daneben segelt Hehe Aua Kleine Ne Nice Aha So Geh nach So So, 44, 45, weißt du ja, da, wo haben wir jetzt, das da oben haben wir geholt, war ich jetzt hier schon, da sind wir, wisst ihr auch. Oh, oder nicht? Äh, jetzt nur noch zwei, drei minus eins, ja. Ja, ja. Das ist gut, neins. Ja, das war ich vorher gerade auch schon. Ja, das war ich vorher gerade auch schon. Ja, das war ich vorher schon. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, das ist halt da unten. Da. So. Das war jetzt das da. Dann da unten. Ja. Da, holger. Ja. Ja. Ach, Gänsehaut. Nee. Das ist doch kein Horrorfilm oder sowas. Hm. Äh. Ach da. Hinter dem Baum. Da ist die Grenze. Da hast du recht. Oh, glaube ich, ein paar Meter. Ja, guck mal. Noch mal eine Sehenswürdigkeit. So. Da. Wollen wir die auch noch? Ups. So vielleicht nicht. So. So. Nicht. Ah, doch nicht. Ein Relikt. Schrottreich für Spike. Olé. Ah. Ich bin da wieder. So. Genau. So. Was war ich da an der Grenze? Da nicht. Ich bin da. So. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich glaube, der ist durch. Ui, ist in Bryce Canyon. Achso, direkt daneben. Noch besser. Äh. Das ist. Ja. Ah, da noch oben am Fluss. Ah, die Shack Daddy Crew hat hierfür keine Mühen gescheut. Es gibt sogar ein so krankes Bike, dass dir die Brille von der Nase fliegen wird. Was da? Ja, wenn ich BL können wir, äh, können wir dann sogar vielleicht noch mehr Dinge anfangen, ja. Feiershock 3. Mal gucken. Wobei ich dann jetzt gar nicht weiß, ob ich sie überhaupt noch installiert habe. Nicht, dass man irgendwann wieder runtergelöscht hat, keine Ahnung. Aber gut, wäre sehr schnell. So. Wall Street beim Osten E. Aber wohl eigentlich inzwischen. Ah. Bin ich da. Bin ich da, 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 bin es läuft ja ja und Holgeras, wir werden gerade schon Platin äh äh da war ich jetzt äh da ist das da also ungefähr hier ja fast je nachdem wie oft ich greppiere beim 1944er Mode aber eigentlich so um die 25 bis 30 Stunden also nicht arg viel sagen sie gerade aus dem Durchlauf fällt halt brutal auf weil 146 Collectables die da einsammeln musst äh ja und man muss ja so gesehen einmal also 1944 ist nichts anderes wie schwer na muss halt auch schwer noch einmal durch das Run war ja klar auch normal weil alles einsammeln und so weiter äh wie wär's mit einem Rennen auf dem vielleicht größten Bike, das du je gesehen hast diese Shaq Daddy Event ist völlig irre was ist die Kurve also hier wobei trotzdem Bayer Shock 3 der längste ist hehehe auch Platin aber auch nur wegen hier gerade über fünf Stunden genau genau die haben wir die haben wir die haben wir ja da war ich gerade wo hab ich da jetzt ja ja doch ja hier genau passt wie wir da wie gesagt haben wir in den Speicherstand hätte ich den überschreiben na da sind ja nur zwei Trophies die ich hab die wir ja einfach dann so aufklingen lassen weil ich weiß noch wo die waren oder wann die kommen weil wir sind eh ja also nicht mal X1 sondern regulär sag ich jetzt mal hehehe bei die zwei Trophies regt eigentlich jeder nicht da ab und das soll nicht und das soll nicht äh 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 zu viel So, geht doch. Genau. Da unten in der Traube. Ne, kein Teckelfisch. Ach ne, wieder sowas. Wollt, warte mal. Probieren wir es mal stylischer. So, einmal anvisieren. Und los. Nein. So. Na? Geil, ne? Ja. So. Äh, da. Oh. Der nächste Omo gleich hier. Ah ja. Hey, mach's schade. Ne. So, dann noch hier. Ah, da. Ja. Fast. Äh, da. Nein, das ist ja nur ein Sony geil. Ja. Ja. Moin Mehdi. Ja. 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 Äh... Was ist das? Was ist das? Versteckt. So, direkt da in dem Zipfel. Wie was? 24 Stunden. 24 Stunden Rennen oder was? Ah, stimmt, muss ich glaube ich auch eins abschliessen, ne? War das jetzt so? Weiß ich schon gar nicht mehr. So, jetzt weiß ich nur nicht mehr, ob ich da schon war. Ah ja, genau. Ach ja, ja, da habe ich es auch laufen lassen, stimmt. Ja, anscheinend war ich hier nicht. Ah. So, ja. Ne, das ist drinnen auf jeden Fall voll, stimmt, das habe ich auch vor dem Event eingesammelt. So, gehen wir einfach mal hier rüber. Da ist es. Äh, da. Äh, da. Ah ja. So, yeah. So, ja. So, ja. So, ja. passiert ja genau irgendwas war nämlich dass ich auch festgekeilt oder um wieso wer kann ja irgendwas war da ja ja hier glaube ich Das könnte auch nicht rausgehen sein. Wo ist die Nummer? Zu lange her. was ist der ach hier ach ja stimmt ich habe mich ja gar nicht fahren lassen einfach nur hier irgendwo an eine Seite reingeparkt stimmt an die Wande ran ich glaube auf dem Grünstreifen war es sogar irgendwie so das müsste es gewesen sein hier fällt mir das letzte Ding da die Sehenswürdigkeit nämlich ungefähr hier dann müsste es ja gleich sehen hopp aber ist auch noch gleich schütze niedrig genau so wir haben jetzt alle äh genau was eigentlich sammelt haben wir auch schon ja So, das nächste ist da. 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 So, das ist da schon eine Hausnummer. So, das nächste ist da. So, das 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 ist da. da hinten noch im arsch der heide wo ist denn der schnellreisepunkt da ist da ich glaube den hammer da ist nix da da ungefähr ist weiter rechts runter da ist nix da da ist nix da Ich weiß nicht, ob ich den am Schnellreise-Dingsbums hab. Anscheinend nicht, weil ich hör's. So, da haben wir das. Äh, ja gut, Stunde 10 war ja okay. Passt. Ja, und jetzt hier der König des Hügels. Machen wir den auch durch. Wunderbärchen hier. Äh, Hügels. Ja, danke euch. Der Ding ist jetzt durch hier. 35 von 35 Trophys. Daher okay, jetzt war ein bisschen wenig. Aber passt. So, und das war jetzt hier. Müssen wir angewöhnen, dass wir da immer mal nachgucken. 39 Stunden. Ja. Ja, teils sind ein Stück schneller gegangen, wenn ich am Anfang ja nicht so eh jetzt viel einfach nur rumgegrindet hätte, während ich auf Multiplayer gewartet hab. In der Zeit hätte ich ja doch schon mal ein anderes Event anstoßen können. Also 1, 2, 3 Stunden, würde ich meinen, kann man locker noch sparen. Ungefähr. Aber ist ja trotzdem okay. 39 Stunden ist gut. Das passt. Ich denke wir jetzt hier Genshin 232. Also, sind wir noch nicht fertig. Ja. Das ist okay. Ja, Juli. Äh, das war's jetzt hier. Was haben wir jetzt? 10 vor 11. Na komm, da fangen wir gleich an hier. Ähm, ja. Dann mach ich meinen Stream soweit aus, weil Riders Republic ist durch. Na. Ich switch mal kurz um hier auf Bioshock 3. Und dann fangen wir einfach da gleich an, würde ich meinen, ne. Haben wir schon mal ein Stündchen weg. Gutes Stündchen. Ja. Soweit haben wir mal. Danke fürs Zuschauen, was Riders Republic betrifft. Das war's. Beziehungsweise halt in meinem Fall sag ich einfach mal, bis gleich.